Hallo, hier ist ein Nagel, meine Scout Schleuder, 8er Stahlkugeln. Ich gehe 10 Meter nach hinten und werde diesen Nagel versuchen zu treffen. Jetzt sagt ihr, hast du das schon gemacht, kennen wir das schon aus dem Film, kann doch jeder, stimmt alles. Aus dem Grund provoziere ich jetzt eine Pendelbewegung und versuche jetzt mein Glück. Yo!